Jetzt schauen wir uns das Silber an und das auf verschiedenen Zeitebenen zunächst mal. Im Wochenchart ganz langfristig sehen wir hier einen sehr, sehr stark steigenden Trend. Das heißt, laut dem ist hier der Abwärtstrend beendet. Die Welle 2 ist beendet. Wir hätten jetzt hier langfristig hier die Make-or-Break-Linie. Würde das Silber nochmal unter 17,47 fallen, dann wäre davon auszugehen, dass das Ganze nochmal sehr stark abfällt. Solange wir die halten, brauchen wir uns da keine Gedanken zu machen. Okay? Das nur ganz kurz als großes, übergeordnetes Bild. Also langfristig Bulli-Stemmer. Im Tagesschart sind wir ebenso Bulli-Langfristig. So, hier ist auch die 2 wieder. Hier wäre wieder unsere Make-or-Break-Linie. Da fliegen wir einfach durch, weil das ist ja nichts, um jetzt auf Tagesbasis zu handeln. Das dient nur Ihrer allgemeinen Orientierung, wo wir sind. Wir sind in einer großen Welle 3. Und innerhalb dieser großen Welle 3 sind wir in der untergeordneten Welle 3. Im 8-Stunden-Chart sieht es aber anders aus. Da machen wir oben erst eine C fertig. Und damit eine 2. Und dann würde das Ganze umdrehen, nach unten gehen. Hier ist die B. Das heißt, hier haben wir den ersten Widerspruch in unseren Algorithmen. Was die ganzen Sachen jetzt gemeinsam haben, ist aber hier, dass wir erst mal weiter steigen. Das ist immer wichtig, weil wir behandeln ja kurzfristig. Und ich betone immer wieder, ob das Ganze langfristig stimmt oder nicht, ist mir hier an dieser Stelle erst mal Hupe. Ich versuche erst mal zu sehen, wo sind Widersprüche, wo ist eine Gemeinsamkeit, der sogenannte kleinste gemeinsame Nenner und sage alles klar. Hier steigend, hier ganz langfristig steigend, im 8-Stunden-Chart erst mal steigend. Das nehme ich jetzt erst mal nur so zur Kenntnis und gehe weiter in den 4-Stunden-Chart. Und da sind wir wieder auch bullisch, aber hier ist wieder die B. Auch hier finden wir das Ende irgendwo oben in einer 2 und einer C und zwar hier. Da können wir uns schon mal die Marke merken bei 23,30, 23,40. Die können wir uns schon mal grob merken. Das ist jetzt zweimal aufgetreten. Im Stunden-Chart haben wir hier eine Welle 2. Da ist nichts mehr mit B. Sondern hier geht es einfach nur noch bullisch. Nun wissen wir ja, kein Markt ist einfach nur bullisch oder nur bearish, sondern Märkte wechseln von bullische Szenarien in bearish Szenarien und umgekehrt. Insofern hat jeder Trend so eine gewisse Halbwertszeit und geht auch früher oder später zu Ende. So, im 34-Minuten-Chart sind wir bullisch. Im 15-Minuten-Chart sind wir bullisch. Und im 5-Minuten-Chart sind wir bullisch. Um jetzt wirklich die Gemeinsamkeit nochmal zu betonen, sage ich, in allen Szenarien sind wir im Moment jetzt, ich spreche nicht von nächster Woche oder sowas oder von langfristig. Das interessiert in diesem Zusammenhang beim Algotrading überhaupt gar nicht. Wir sind jetzt gerade bullisch. Bullisch, jetzt. Bitte beachten Sie das auch bei Ihren Kommentaren immer, dass Sie sich das auch verinnerlichen, dass das ein komplett anderer Ansatz ist. So, jetzt sind wir im 15-Minuten-Chart. Da könnte man schon eventuell handeln. Hier ist eine sehr schöne Treppe zu sehen. Hier haben wir die erste kleine, eine kleine Unterstützung. Hier haben wir die nächste Unterstützung. Und die liegt schon mit der fast oben auf. Deswegen mache ich jetzt nicht noch eine rein, sondern sage, das ist die Unterstützungszone. Und hier ist für das, was wir jetzt hier alles sehen, ist das hier unten die Make-or-Break-Linie. Ja, wenn das hier unterboten wird, also dann wird das hier alles so nicht mehr stimmen. So, das bedeutet für unser Trading, wer jetzt schon im Markt ist, und ich habe ja gesehen, dass der Rocky Rock schon im Silber ist. Und der Rocko sieht dort auch die attraktivste Trading Chance, wie ich in den Kommentaren gesehen habe. Und ich glaube, ja, das stimmt, hier sind eine Menge Dreien, hier kommen eine Menge Wellen zusammen. Und irgendwo da oben, da wird sich das alles kulminieren. Irgendwo da oben. Wahrscheinlich sehen wir das aber jetzt nicht, weil das auch so viele Future Points zeichnet uns der Algorithmus hier halt eben nicht ein. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, ey, lass das Ding noch bis hier oben einfach mal laufen. Einstieg zum aktuellen Kurs. Und das ist keine Empfehlung, dass ich spreche mit mir selber. Das ist das, was ich tun kann. Okay. Stopp. Ich mache den jetzt hier weg und ersetze den durch meinen Stopp. Den setze ich hier. Zielbereich da oben. Wenn ihr hier drunter den Stopp nimmt, hier den Stopp nimmt, dann wäre ich sehr vorsichtig. Dann ist der Weg bis hier eröffnet. Das kann dann passieren, ja. Und wie gesagt, ich habe jetzt extra schon den 15 Minuten Chart genommen, weil das ist jetzt schon sehr kurzfristig hier zu erreichen. Das ganze Szenario ist sehr kurzfristig. Aber es würde sich auch generell hier im 30 Minuten Chart auch so durchführen lassen. Aber da kann man nochmal bis da oben handeln. Denn hier, da oben, da wird es erst interessant. Ja, ihr könnt euch die Merke von 24 auch mal merken. Das geht nicht einfach ohne Probleme vor sich. Wichtig ist nur, dass der Stopp da unten hält, wo wir ihn hier eingezeichnet haben. Sondern das wird immer ein Auf und Ab, ein Auf und Ab, ein Auf und Ab. Deswegen hier den Stopp lieber noch ein bisschen tiefer setzen, wenn man dazu bereit ist, nur zur Sicherheit und dann einfach laufen lassen. Dass also mein Statement hier zum Silber und nochmal wiederholt ist, spielt am Ende keine Rolle, ob da oben der Markt dann wieder dreht. Wenn wir ein neues Hoch machen, oberhalb dieser Eins, hier an dieser Stelle, das ist ja auch erstmal eine Art Widerstand für den Markt, ja. Dann ziehen wir unseren Stopp über unseren Einstieg und sichern uns ab. So, ich hoffe, das ist hilfreich gewesen und eines netten Kommentars wert und eines Likes. Und ich danke für die Aufmerksamkeit und wir machen dann gleich weiter mit dem Gold und dann geht es in die Pause.